Musik Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Rocket League zusammen mit Gary und wir spielen schon wieder im Doppelmodus Ranked und sind ja jetzt schon auf Brosse 3 Mal schauen, was das jetzt wird Also die letzten 6 Spiele haben wir gewonnen Und wir hätten auch vor weiterhin zu gewinnen Aber die beiden, glaube ich, sind, zumindest haben sie beide das neueste DLC Aber sie sind nicht gut, weil sie sich gerade gegenseitig sind Oh sorry Okay, ausgespielt, kommt, nicht gut Versuch zu verlängern Ja, hab's geschafft Nein, verdammt Ah, ich habe ihn fast clear'n können Ah, der Gegner hat ihn geclared für mich Äh, ich flieg, ich fahr Du fliegst, du fährst, ich hab Du fliegst, du fährst, ich hab Wir konjungieren hier in Rocket League Sprache, okay? Oh nein, ich habe ich nicht bekommen Ah, ich war zu weit weg Come on, come on, come on, come on, come on Und jetzt Ah, nein Ah Da fail ich dem tatsächlich Da fail ich echt den Schuss Ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich so einen Schuss verschenke Der hätten wahrscheinlich gehalten, aber ich habe den Schuss trotzdem verschenkt Oh, ich hau ihn raus Oh, der kommt schön, der kommt schön Aber ne Und sie hauen sich wieder gegenseitig weg Ah, aber Ah, wobei Ne Ich habe ihn leider nur noch unten beschleunigt Oh, der geht drüber, oder? So, der ist Mitte Der kommt Mitte Nee, nicht ganz Ja Oh, schade Komm jetzt, do it Nein Sorry Sorry, ich habe den Ball gesprungen Kannst du jetzt gar nichts dafür, ich bin hier von der Seite gesprungen Ja, was machen die da? Ja, den wieder Oh nein Oh Das war das, ihr seht, das hat so Ist da ganz komisch vorbeigeleckt an dem Ball, aber jetzt entkommen Wäre ich? Ja, ich habe ihn auch so minimal nur verpasst Ja, keiner hat bei mir so ausgesehen, als ob du voll drauf wärst und dann hat er so auseinander gesprungen bei mir Ich habe eigentlich auch gemeint, ich greffe ihn und auf einmal war ich vorbei Ich führe einen Ping beieinander Oh, ja, okay Das erklärt, warum du die Gegengleichs bei mir Ja, okay, das erklärt auch echt einiges Oh, der an er schießt Aber daneben Komm schon jetzt muss aber klappen Oh nein, jetzt blockt er den Nachschuss Okay, ich versuche zu stoppen Okay, ich probiere es nochmal Okay, ich probiere es nochmal Okay, ich probiere es nochmal Oh, den haben wir jetzt richtig schön vorgelegt Oh nein Also auf jeden Fall eine sehr schnelle Partie diesmal Sorry Nein Oh, du hast mich weggehauen Ja, sorry, das war ich Ich habe gemeint, ich kann die Nevers-Tor schlagen Und dann hast du mich nochmal weggeluft, sodass ich nichts mehr machen konnte Also bedanken wir uns nochmal noch dafür Dann machen wir einen Doppel Ja So, beide ausgespielt Aber verkackt Aber du hast ihn Nein Verdammt Sehr schön Sieht so aus, als wenn wir First Game hier in die Verlängerung gehen Okay Oh Sorry Oh, verdammt Da habe ich wieder meine Triple-Skills rausgeholt Den hätte ich nicht immer wünscht Ich habe einfach ein Salter nach dem anderen gemacht und den Ball nie auf den Boden kommen lassen irgendwie Ich glaube, da kamen die Gegner gerade nicht mehr klar Ich habe, glaube ich, fünf Salters hintereinander gemacht, ohne dass der Ball einmal am Boden wirklich war Sondern immer direkt wieder genommen Ja, wir gehen auch nicht in die Verlängerung Ja, oder wir gehen auch nicht in die Verlängerung Oder möglicherweise doch noch Mal schauen 8 Sekunden überleben Ja, die geht Und weg Lass mich nur kommen Oder so Und nochmal 8 Punkte weiter geschoben Ja, wir gehen auch nicht in die Verlängerung Ja, das Spiel auch schon wieder gewonnen Und Gary hier mit seinem Leck-Ding Hey, vor allem Wie schaffst du es mit zwei Schüsse und einem Tor Und ich mit zwei Schüsse und einem Tor Und dass ich fast doppelt so viele Punkte habe wie du? Keine Ahnung Ja, das würde mich jetzt schon mal interessieren So, mal gucken, ob das auch schon wieder das Entscheidungs-Match wird Ich würde es ja befürworten Ich würde es ja befürworten Ich würde jetzt schon wieder den zweiten Sieg der Folge reinholen So, direkt hier mal nach 10 Sekunden das erste Ding klargemacht Ich will ja auch, dass die Folge hier ein anständiges Ende hat, ne? Ich darf das jetzt zweimal verlieren oder so Das wäre schon echt mies Oh, fälsch dann ab Oh, 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 oh Nein, nicht mehr weggekickt Jetzt häng ich an der Wand So eine Kacke Jo, ich kann ihn weghauen Einigermaßen zumindest Mach nochmal Schön Oh, du Kacke Oh, der kommt scheiße Der ist aber drüber Drüber, ja Nein Verdammt Dann wäre schneller als ich Ja, sehr gut Aber der geht wieder direkt auf die nächste Jo, der hat Ich schieße Ja Ich habe mich schon wieder hinter dich gestellt Okay, ich schieße Kriegst du den? Ah, Millimeter am Gefällt Okay, ich wurde weggeschleudert Oh, wie der jedes Mal irgendeiner dran ist Da kommt schon hier ihn Diesmal habe ich gewartet Oh nein Das kann doch jetzt echt nicht sein Diesmal habe ich extra gewartet, bis der eine dran ist Und dann spiele ich an dem vorbei Nein Oh Nein Nein Oh Ich habe mal wieder vorne und hinten verwechselt Na guck, da bin ich erst reingefahren und wollte dann rückwärts raus Und dann habe ich Ja Genau Okay Da kommt schon Spiel die aus Spiel die aus Nein Das war es nicht schön ausgespielt Gary Das ist wo der Nitro ist, das ist hier nicht schwer Nein Nein Na mit Salthus Du musst den Ball nur irgendwie auf dein Fahrzeug kriegen Dann kannst du alle ausspielen Oh 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 Ja Damit habe ich nicht gerechnet Stehe da so ein Ding und bremst ab und bleib stehen und verrückt werden sie auf einmal Wow Er war kalt einfach Und dann springt er auch noch von meinem Ball weg Er ist auch noch von meinem Ball auf Seite gesprungen Okay Ich habe nämlich genau auf ihn geschossen Quasi Und der springt auf Seite Sonst wäre meiner auch genau auf sein Auto gegangen Oh 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 Nö Gibt es doch nicht ey Komm jetzt lass ihn einmal zumindest in der Hälfte bringen Ja der ist schon drüben Oh Der fällt Oh Verdammt Oh Der geht nicht drüber Warte Keine Ahnung wie ich den jetzt gerade unter meinem Fahrzeug umgeschoben habe Oh 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 Nein Der den Ball irgendwie unter mir hängen darf Das war ein bisschen verwirrend Okay Dann halt jetzt wieder ein Tor schießen Da Von Also Allan Jäfer Ich Jäfer in Winter Tschüss Ich nicht ö Ver ный Sp ktoś Ich D Ger Ich glaube, du triffst ihn, ne? Ja! Oh, so nice! Ich glaube, er hat Spaß. Jo! Au! Oh, sorry! Flieg! Oh, oh, oh! Nice! Der war vielleicht ein bisschen... Ja, der war vielleicht ein bisschen zu schnell in die Mitte gespielt. Dass das so schlecht ist, ist gar nicht bei den Gegner ausgespielt. Der Gegner will nachlegen, ich spiele ihn wieder aus. Oh, schade! Aber da kommt der vierte Gegnersprung! Schafft es dann wieder mit dem Ball wegzunehmen, der vierte! Ist auch gut! Wahrscheinlich auch der letzte! Denn danach hätte ich wahrscheinlich abgezogen. Aber nein, der letzte Ballabzug, ne? Martin! Der geht rein! Nein! Das war aber auch mehr Glück als sonst was mit dem Drift und dass sein Partner ihn nicht vorher weggeschlagen hat. Was? Woher wusste der, dass ich ihn so ganz recht an der Wand hinlang schnippe? Na ja, den nicht erwischt. Okay, ich versuche in der Mitte zu spielen. Dann fahren wir da ein bisschen... Oh! Nein! Fast hätten sie es verkockt. Hehehe! Komm schon, eins meiner last second goals! Ah, ne! Fahr'n nur beide! Jo! Das ist mir jetzt too risky hier! Und der verkackt! Kann der beide, wie es ausschaut? Ne, der eine hat nur umgedreht, der andere hat verkackt. Komm schon, gib mir Boost! Ah, keiner da! Okay, hier ist auch keiner! Kann doch nicht sein! Oh, ich wurde weggekickt! Sorry, sorry, sorry! Oh! Oh, ich habe ihn zum Team benutzt! Nein! Oh, 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 oh! Du! Ich schieße vor! Oh, verdammt! War okay, war okay! Ich schieße nach! Ah, Nuss! Ah, nein! Oh, Nates viel zu hoch! Aber, 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 aber! Nein! Ist das jetzt das erste Spiel aus der zweiten Runde oder das zweite schon? Zweite, ne? Das erste einmal gewonnen, glaube ich, oder? Oder? Nee! Das erste einmal gewonnen! Sind wir gerade echt nicht mehr sicher, ob wir davor schon ein Spiel hatten? Doch, wir hatten eins, das haben wir gewonnen! Ja, genau! Der erste einmal gewonnen, genau! Und das hier ist das zweite, weil, ich wollte gerade sagen, ein Spiel in 15 Minuten wäre schon ein bisschen sehr krass! Aber dann geht das Spiel hier trotzdem jetzt schon acht oder neun Minuten! Nein! Oh, sorry! Macht nichts! Nein! Und weg damit! Oh, du hast mir falls Angst gemacht! Ah, zu wenig boost! Oh! Ich habe ihn gestoppt! Ah, aber er kommt trotzdem noch hieß! Ah, er hat ihn selber rausgehauen! Oh, er hat nicht ausgespielt! Oh, sauber! Oh, mein Gott! Oh, sauber! Oh, scheiße! Dann verlieren wir das zweite Spiel doch noch! Mit einer Mega-Verlängerung einfach! Okay, richtig krass spannend! Mhm! Naja, dann muss die dritte Runde mal wieder entscheiden! Jo! Das heißt in Les-Potos! Keine Ahnung! Danke! Irgendwas! Irgendwas! Wir wollten uns halt ein wenig Danke sagen fürs tolle Spiel! Äh, sind die Selben wieder? Ganz bestimmt! Oh, ne! Also zumindest haben wir gegen einen von denen vorhin... Gegen diesen Papa-Pork haben wir schon gespielt vorhin! Ich weiß nicht, ob es jetzt die aus der Runde gerade eben sind, oder? Ja, ja! Das sind die von gerade! Oh! Okay, gut! Dann bekommen wir hier unsere Rache vielleicht! Oder wir verlieren einfach nochmal hart hinterher! Nee! Vorhin haben wir auch geführt 2-0! Und dann 4-3-4-0! Das machen wir diesmal! Diesmal machen wir das professioneller, oder was? Ja, aber diesmal wissen wir ja, äh... Genau! Okay! Oh! Ich stehe den hoch! Aber weit drüber! Der ist sch... Oh, sorry! Oh, scheiße! Wir müssen uns wieder mehr absprechen! Wir müssen uns wieder mehr absprechen! Not really, oder? Was? Im Rückwärtsgang gesprengt? Wie geht denn das? I don't know, man! So viele Rückwärtszeit hat das gemacht! Oh, oh! Der kommt aber schön! Und geht da rein! Ja! Ja, ich merke schon, diesmal bist du man of the game, wollte ich sagen! Na, schauen wir mal! Irgendwie mach ich's schon wieder, meinst du? Ich hab noch 0 Punkte und du 340! Wie hab ich 0 Punkte, ey? Wenn du mir dabei noch meinen Pinkel rücksichtigt? 0 Punkte ist ja richtig, Matt! Ich hab doch bestimmt schon irgendwas geleistet! Aber scheinbar alles nur Sachen, die keine Punkte geben! Oh, fuck! Hey, das hat 20 Punkte gegeben! Ich hab Punkte! Respekt! Oh! Hab ich! Zwar nicht schön, aber... Schön! Oh! Der kommt richtig schön! Nein! Also ja und nein! Oh! Der ist zum Glück so drüber! Nein! Will ich! Die Leute auch! Oh! Verdammt! Zu spät gesprungen! Wäre das gewesen! Kommt wieder! Jo! Nicht! Ich versuche ihn zu erwischen! Ja, aber leider nicht für uns! Ja! Ja! Ist klar! Boah! Wo der kommt gut! Krass! Da warst du nicht! Ja! Der kommt gut! Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich habe ganz wild auf irgendwelche Tasten rumgedrückt gerade. Also ich bin mit Nitro drunter gefahren, dann hinterher gesprungen mit Nitro hoch und habe ich nochmal mit dem Salto reingeschubst? Okay. Ob das jetzt so geplant war, will ich jetzt mal... Ja, ja, es war auf jeden Fall so geplant. Also, ähm, keiner will mir jetzt hier erzählen, dass das irgendwie Glück war oder so. Es war natürlich alles geplant, vor allem mit dem Salto und so. Das habe ich alles berücksichtigt. Oh, 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 oh. Nein. Ja, die können auch echt was. Weil, schau mal an, wo der weggesprungen ist, schon. Vor allem, wie er extra sich dreht, um an dir vorbeizuschießen. So schlecht sind die beiden auch nicht. Und jetzt müssen wir natürlich gegen die beiden unsere ganze Folge... Oh nein, ich verkackt. Auf ihn. Ja, ne, ich stehe schon wieder im Kasten, aber ich glaube, ich brauche nicht den... Und der ist gut, der ist gut. Nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Oh, gar nicht so schlecht. Nein, er hat ihn mitgenommen. Oh, der ist so zu quällig. Oh mein Gott. Yo. Sehr schön. Oh, sorry. Scheiße. Ja, hab ihn. Oh, nein, doch nicht. Nee, nee. Mitte, dachte ich. Komm nicht Mitte. Der aber. Oh, der kommt schön. Ja, Mann. Nein. Oh, no. Ja, die Zeit spielt für uns. Ja, mein Block hat's, glaube ich, gerade gerettet. Yo, sehr gut. Oh, 9 Punkte, der hat diesmal dafür sogar gegeben. Warum auch immer. Mhm. Weil ich habe nur 8 verloren gegen die. Naja, ich würde sagen, dann haben wir noch mal gegen die selben Leute quasi uns den 7 noch zurückgeholt. Dann würde ich sagen, was ist noch mit der heutigen Folge wieder? Wir sehen uns das nächste Mal in seiner weiteren Folge. Rocket Leech oder whatever. Das war's dann auch mit der heutigen Aufnahmen. Und bis dahin, servus und ciao. Ciao.